Die Brokkoli-Röstchen könntest du ein bisschen kleiner machen. Man muss wissen, wenn ein neuer Captain da ist. Ich würde sagen, heute ist Robert immer noch nicht der liebe Junge von nebenan. Aber die Extreme, in denen er sich bewegt, die haben sich verändert. Da gibt es mal so Tage, wo du sagst, heute hast du irgendwie nicht so Lust. Aber mein Trainer hat zugehört, also ich freue mich natürlich immer. Ja, er ist einfach auch ein bisschen erwachsener geworden. Oh, Euphorie ist da völlig fehl am Platze. Ich würde gerne auch einen Aufstieg in meiner anderen Seite haben. Bis zum nächsten Mal!